Ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen. Ich wünschte, all das wäre nie passiert. Das tun alle, die solche Zeiten erleben. Ich wünschte, die solche Zeiten erleben. Du selbst wirst einiges zu erzählen haben, wenn du zurückkehrst. Kannst du mir versprechen, dass ich zurückkehre? Nein. Ich bin Feuer, ich bin der Tod. Irgendwann werden sie sich erinnern an alles, was geschehen ist. Das Gute, das Böse, an jene, die überlebt haben und die, die es nicht geschafft haben. Thorin, du hast ein Versprechen gegeben. Ihr brachtet ihnen nur Verderben und Tod. Du hast den Berg zurück, ist das nicht genug? Jetzt verteidigen wir ihn. Ich komme, um etwas zurückzufordern, das mir gehört. Dies war der letzte Zug in einem großen Plan. Ein Plan, der vor langer Zeit geschmiedet wurde. Diese Fledermäuse werden zu einem Zweck gezüchtet. Für den Krieg. Überlass Sauron mir. Bilbo hat recht. Du siehst nicht, was aus dir geworden ist. Alles, was ich tat, habe ich für sie getan. Ihr habt es begonnen. Verzeiht mir, wenn ich es beende. Wenn man den Tod vor Augen hat, was kann man dann noch tun? Ich werde mich nicht verstecken, während andere für uns in die Schlacht ziehen. Es gilt, nur eine Frage zu beantworten. Wie soll dieser Tag enden? Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Untertitelung des ZDF, 2020